Na, für zwei flauschige Beuteldachse habt ihr es aber weit gebracht. Ich bin Dr. Nefarious Troppi, Herr über die Zeit und Schöpfer der Zeitstrudelmaschine, die ihr vor euch seht. Oka Oka und Dr. Cortex haben mich geschickt, um diese Farce zu beenden. Ihr werdet mein Gebiet nicht mit den Kristallen verlassen, das spüre ich. Ich bin Dr. Nefarious Troppi, Herr über die Zeitstrudelmaschine, das spüre ich.